Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Hi, ich bin willkommen dabei. Ja, Smacks mit dabei. Und zwar, wir werden heute machen 100 Euro, wer zuletzt aufhört, Fortnite zu spielen. Neue Seasons in Fortnite drin, ein neues Chapter. Das werden wir uns mal ein bisschen angucken. Ich hab's schon gar nicht gespielt. Ich hab's schon ein bisschen gespielt. Wie fühltest du's? Ja, nicht so gut jetzt, ne? Nicht? Nee. Ja, ich werde gewinnen. Ihr könnt jetzt kommentieren, was ihr denkt, wer gewinnen wird. Und dann sehen wir uns jetzt im Game wieder. Bevor wir jetzt gleich anfangen zu zocken, habe ich mir hier noch einmal eine Pizza gemacht. Bis nachts. Wichtig, damit ich mein Zeug auch gern Hunger kriege. Ja, also hofft ihr nicht so dagegen, morgen ist ja Schule, aber... Was ist denn die jetzt? Ne? Wie lange dauert das? Äh, also wenn nichts dazwischen kommt, bis nachts. Bis nachts. Es geht um 100 Euro so. Morgen Schule, also bis spätestens um 10 Uhr. Ach, fang jetzt mal an. Schläfst sowieso um 9 ein. Kenn dich doch. Ja, okay. So, dann sehen wir uns jetzt gleich im Game wieder. So, wir sind gelandet. Boah, Alter, was sind das für Waffen? Ah, Waffen. Ich hab direkt hier Füßschritte bei mir irgendwo. Oh, hier ist ein Gecknern. Das ist ein Bot, das ist ein Bot, hä? Das ist ein Boss. Hast du dir angegriffen? Ja. Digga. Hey, der tanzt einfach. Hä? Hey, hier ist noch ein Gegner, Gegner. Ne, Bot. Hä, was ist das für ein Ding? Junge, was ist? Ich bin tot gleich. Ich auch. Ne, da waren... Töte den bitte. Oh, Gegner. Nein. Nein, keine Gegner. Was ist das? Max, ich renne. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt auch Gegner, oder? Ne. Ich weiß es nicht. Boah, was hab ich für eine Shotgun? Die hielt mich automatisch. Ich hab eine Tresorkarte, Max. Hä, oh mein Gott. Was ist das? Sind die jetzt hier doch Gegner? Ich check mein Leben nicht mehr. Hä, ich hab ein Tresor. Wieso hast du ein Tresor? Wo bist du? Weil wir den Boss getötet haben. Ja, aber wo bist du? Wie komme ich da zu dir? Was ist das? Junge, wie komme ich zu dir? Einfach runter. Was für runter? Hier geht's nirgendswo runter. Doch, hier runter. Komm her. Hier. Nein, nein, nein. Hier ist jemand. Irgendwas ist hier. Irgendwas. Ich weiß nicht, ob das ein Bot ist oder ein Gegner. Ich weiß es nicht. Boah, das ist ja... Oh mein Gott, Digger. Warte, guck mal hier. Hier irgendwie. Benutzen. Diese Waffe ist nicht modifizierbar. Hier. Visier, Magazin, Lauf, Unterseite, Lauf. Kaufen und Aufrüsten. Okay. Ah, das... Es gibt da Gold. Das gab's doch früher schon mal. Ey, Ash, hier ist ein Safe-Gegner, weil hier wird geballert ganz viel. Ich bewaff den Eingang hier gerade. Ash, hörst du nicht die ganzen Schüsse? Alter! Alter, was mach ich mit meiner Waffe? Ich weiß es nicht, Mann. Ich hab kein Gold, mich um all mein Gott auszugeben für diese Waffe. Die ist ja behindert, krass jetzt. Ist die krass? Ich hab die komplett modifiziert irgendwie gerade, ja. Warte, komm mal her, komm her, komm her, komm her, komm her. Digga. Hier ist ein Gulli. Ich bin weg. Gulli? Wo komm ich raus? Hier. Hä? Oha. Ey, es gibt G-Klasse und Lambos. Es gibt Lambos? Guck mal, guck mal, ja, ja, eine G-Klasse auch. Oh mein Gott. Lass mal auf die Brücke, da ist dein Mate. Auto, 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 Auto. Einfach Rocket League-Auto. Echt jetzt? Hab einen Tod, hab einen Tod, hab einen Tod. Hä? Der hat halt mein Auto geklaut. Ha! Ich bin in dem drin. Ich bin in dem drin. Fuck. Hab ihn. Hä, was hat der, was hat der für ein Teil? Du wirst gleich ein bisschen Stress haben, glaube ich. Der eine ist tot hier schon. Da sind vorher viele drauf, ne? Hab einen tot, hab einen tot. Ja, ist... Einer, also einer von denen ist tot, ja. Ja, ich hab auch einen noch getötet. Ja, nice. Also, ich mein, hast du gehört, ich hab einen getötet. Ja. Sniper-Schuss, fast tot. Hab, hab alle tot, hab alle tot. Der ist, der ist, der ist bei dir, der ist hier bei mir, bei mir. Der finished, der finished. Nee. Ehrenlos. Ich bin tot, so gut wie. Warte. Aber der geht den Berg runter, Richtung Haus, Richtung Haus hier unten. Noch ne, hä? Richtung... Digga, wo kommt ihr von alle her, hä? Oh mein... Ne, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ha, du Scheiße, Digga, was ist das denn? Na, jetzt mal for real, was war das gerade? Was haben die für Waffen, hä? Ja, wenn du das überlebst, dann ist krass. Hab ich ihn? Ich hab ihn. Geil. Musste finishen gerade. Hab noch einen? Oh, ne Pump endlich. Ne Pump endlich. Sind das so viele? Ja, geht's. Krass, krass. Hä? Wie geht das denn? Macht gewonnen. Warte, 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 warte. Nein, 0, irgendwas. Bis an der Millisekunde. Oh, ich auch, ich auch, ich auch. In der Luft. Aber warum? Warum sind die immer noch in der Luft? Drei, hä? Drei? Vier. Vier? Der wird gespawnt, bleibt. Hä, tot. Ja, aber auch einen. Wieso ich denke, dass es Bots sind? Ja. Weil man das merkt. Hörst du wie ich? Nein, nein. Hörst du wie ich, geh. Nein, ehrlich nicht. Ach, schlimmer? Ja. Die können dich gar nicht treffen, richtig. Hast du auf die Uhr geguckt? Auf die Uhr geguckt? Ja, auf die Uhr geguckt. Guck mal, ob dir spät es schon ist. Äh. Du hast morgen Schule. 22.36 Uhr. Kannst du bitte mal ausschalten? Jetzt. Ja, gleich. In der Luft. Nein, nein, gleich. Ich mache Max eine Challenge, bitte. Was für eine Challenge denn? Wer, äh, wer Lange Fortnite spielt? Du hast morgen Schule. Ja, ich mache gleich aus, gleich. Gleich am Rhein. Ja, ich mache gleich. Ehrlich. Ich mache gleich, Mama, bitte. Mama, nein, nein, nein. Bitte, bitte, ich mache das gleich aus. Ich mache das gleich aus. Ich mache das gleich aus. Bitte, ich mache das gleich aus, ehrlich. Mach es jetzt. Ja, mache ich sofort, gleich. Im Ernstchen. Ja. Ich habe nicht Lustig, wir haben keine Ferien. Ja, okay. Ich mache gleich. Ehrlich. Gleich, Mama, gleich, gleich. Bitte, bitte, bitte. Bei mir? Einer, einer minus 160. Einer, einer fast tot. Ja, wo sind die? Ah, bei mir drin. Ich bin dumm. Ich bin da. Nein, 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 nein. Ich sehe den zweiten. Holt ihr den? Beide tot. Danke. Revive mich bitte, bitte, bitte. Schnell, 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 schnell. Guck mal, so kann man das machen. Warte. Warte. Hier so, guck mal, hier. Hier, zack, rein. Ach so. Und hier hinten und so. Jetzt kann man... Ruhe hacken? Hä? Ich habe hier eine Ruhe gehackt. Warte, kann man hier vorne rein? Nee. Jetzt können wir mit dem Zug durch die ganze Karte fahren und Leute abschließen und so. Oh, cool. Okay, mal gucken, Leute. Und? Was ist das hier? Ja, na. Messkit, 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 ich brauche Messkit. Oh ja, brauchst du Alice. Noch jemand? Wo? Zwei. Ich sehe es, ich höre es. Hör wo denn? Hab einen. Noch einer? Hab beide. Oh mein Gott. 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 Jo, die können das Spiel leider. Ja? Ja. Schade. Hab einen tot. Warte, ich selber nicht. Hab auch einen. Hä? Hab auch einen. Hä? Was? Du hast einfach getötet. War der nicht gut? Problem? War der nicht gut? Weiß ich nicht, aber der war gerade ein bisschen low. Und so, aber... Ah ja, die sind hier oben. Wie komm ich hier hoch? Ah. Das ist gut. Hier, bei mir direkt. Der ist da, Digga. Ich bin runtergefallen. Ich bin fein runter. Ah, Digga. Der finished, der finished. Ne, hä? Der ist selber runtergefallen. Hä? Was? Warte mal. Was? Warte mal. Wie haben wir das denn gerade gemacht? Lass direkt hier am Anfang landen. Ah. Da kommen immer krass Sachen draus. Immer so goldene München. Ah, ne, doch nicht. Ich hab gerade eine Tour. Da ist aber keine Waffe drin. Das ist ja krass. Doch, da ist eine Waffe drin. Warte. Hä? Die sind doch gut. Hab einen. Nein. Das ist doch schlecht. Kill den mal bitte. Und wie? Kriegst du den? Am Revive-Boden, Dings. Hab einen noch. Wiederbelebungsteil gewesen gerade. Ja, der, 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 der. Der hat mich gerade geküllt. Au. Junge. Hab ihn. Danke. Aber gibt's denn hier eigentlich auch einen? Junge, sind da viele. Es kommen sehr viele mit. Alter. Hast du eine Waffe? Hast du eine Waffe? Ab ein. Ah. Du Lußer. Oh mein Gott. Ah, da ist dieser, da ist er. Da ist Peter. Nein. Hier sind noch voll viele. Ah. Warte mal, ich. Wieder Zone. Haha. Next nine, next nine. Wo? Ja. Ah, der läuft, der läuft, der läuft, der. Hä? Bruder. Warte auf, dem Berg ist der. Ich muss irgendwo rein. Hab einen. Ja, Martin. Nächster mal Glückstag. Ich hab ihn, ich hab ihn. Okay, cool. Nicht durch. Sind das für Waffen, aber... Aua. Boah, fuck, Digga. Digga, die Honore will ich sehen, aber... Geil. Wenn du mir Arztbesuch gibst... Leute, das war's jetzt. Geil. Ich bin raus. Wir haben lange gespielt. Bis zum nächsten Mal.